Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi. Heute habe ich einen 3-Wege-Wasserhahn für Euch. Das Wichtigste, was ich Euch mit diesem Video vermitteln möchte, ist, dass egal wo Ihr Euren Wasserhahn gekauft habt, dieser meistens nur vormontiert ist und dass Ihr alle Anschlüsse auf festem Sitz kontrolliert und darauf achtet, dass überall eine Dichtung drin ist, bevor Ihr den Wasserhahn montiert. Das ist ein 3-Wege-Wasserhahn, der hat drei Anschlüsse. Und jetzt einmal hier den großen und den kleinen. Das ist ein Wasserhahn, der kann von überall her kommen. Aus dem Bauwerk, von Amazon, von irgendeinem anderen Anbieter. Und da sind zwei Schläuche dabei mit solchen Teilen. Die kommen in Warm- und Kaltwasser. Und ein Schlauch, der sieht so aus, der ist für gefiltertes Wasser. Der kommt jetzt da hin. Vor allem die Seite, wo gefiltertes Wasser ist. Das Gewindeteil wird es hier. So, total, der kommt noch ein Laufen drauf. Das lässt ich jetzt mal dran. Ich fädel das da ein. Ich fädel das da hin. Und schauze rein. Der ist jetzt, wie man sieht, hier nicht so ein toller Schlag. Der wird sich hier mit verdreht. Ich komme auch leider da unten natürlich nicht mit dem Schlüssel rein. Hier ist normalerweise ein Sechskant dran. Oder eine Angriffsfläche für eine Zange. Komme ich aber nicht mit da rein. Deshalb muss das Methanfest einfach reichen. So, das ist nicht mal, das ist gut. Ich kann hingehen und hier, am Gewinde, ein bisschen, was ich halt wie mir da habe. Lack, Kleber oder ich mache da mit dem Körner irgendwie ein bisschen was kaputt. Und klebe es dann da rein. Damit sich dieses Teil nicht mehr löst. So, dann schaue ich so fest, wie es geht. Jetzt habe ich hier eine Nut, da kommt diese Ohrringe ein. Und da wird es eingebaut. Und da wird es eingebaut. So. 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 Jetzt lassen wir es jetzt da irgendwie, dass er durchfummelt. so. 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 Hier ist halt meine Tischplatte oder meine Arbeitsplatte oder die Spüle und dann kann ich das hier schön festschalten. Und dann habe ich auf der einen Seite warm und kalt Wasser und auf der anderen Seite habe ich mein gefiltertes Wasser. Und in diesem Fall jetzt hier sind es Halbzollanschlüsse und da sind dabei noch andere Sachen. Das heißt hier in die Halbzollanschlüsse kommen dann solche Adapter rein. Schauen wir es in die Dichtung drin jetzt. So und es kommt dann auf das Eckfantill drauf. Und hierbei muss ich dann hier dieses Teil nehmen. Und da hat es einen Konus. Und dieses Teil drückt dann da den Schlauch an dem Konus dann fest. Das ist jetzt alles was ich für euch habe. Nochmal wichtig, prüfen ob Dichtungen drin sind, alles fest sitzt und dicht ist. Bis zum nächsten Mal. Amnestylar Nurрач,anki Játsahes Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020